So, der Philipp hier, kommst du gerade angerannt und dann hast du hier so einen super geilen Barsch, der ist echt schick, super. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen, der Philipp war gerade hier voll am Start, ich kam gerade angepreddert und ja, wir sind hier bei der Tränenrunde im März, wir wollen heute Tropschatten über, ja, was auch immer mit Wurm auf Barsche und Dillbe und ja, sehen wir mal, was heute so geht. Ich denke, super starker, nicht 15 Grad, es läuft. Ja, ich habe heute zum ersten Mal die Helio Pixi dabei, die habe ich mir jetzt neu gekauft und die probiere ich jetzt mal. Ich habe hier eine Golden Motion von Philipp, weil ich meine roten Karte starb und das ist eine ML und ja, also bis 14 Gramm hochmicht. Ich baue die Karte noch fix ran und habe Tropschattenpick drauf und ja, dann probieren wir es mal Und dann probieren wir es mal. Das ist aber übelst krass, wie ich, wie ich heu eigentlich. warte 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 jawoll alter guck dir mal an wie fett der ist oh der sieht richtig schön aus der sieht richtig schön aus guck dir den mal an schöner barsch auf wurm richtig geil so philipp hat zum zweiten mal zugeschlagen schön gegen die sonne helllicher barsch wieder auf wurm super guck dir mal den fetten ransen an wie der spannend es ist echt nicht gefährlich so sehr sehr geil unklar so wie fett die einfach mal sind wieder schöner fett aber auf wurm hier ist der zermansch aber das sind noch ziemlich viele große also finde ich ne so schöner Döbel wieder auf wurm wieder ganz ganz vorne gehakt schön fett ist er ja fett ist er auch kommt er wieder zurück klein aber frei aber du bist kräftig ne super auf wurm hat sie gebissen und kommt er wieder zurück so wir haben jetzt hier einen schönen barsch gefangen auf wurm kleiner schöner barsch wir haben jetzt hier einen schönen barsch gefangen auf wurm vorne ist er drinne schöner fetter barsch und dann geht er natürlich wieder rein so wir lassen ihn wieder frei kleiner kleiner schöner barsch wieder dicker wieder schöner froh ganz weit vorne schöner dicker wartet's super leicht raus zu machen ja war heute ganz gut her war ein schönes wetter und wir hatten sieben barsch gefangen acht jetzt mit dem letzten wir hatten ein paar Döbel ein paar kleine einen großen und sonst die Ene Barbe dann noch hier oben wir sind wieder am Ausgangsort und ganz zufrieden im Tag mit hohem Tropschoppen funktioniert wie immer das ist ja bei uns nur in der Ubergangszeit wenn wir eigentlich mit uns können ja ich denke wir sehen uns mal wieder aber dann das nächste mal bitte mit Gummifisch oder mit Woppa bis dahin tschau